Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben wieder ein super neues Projekt reinbekommen, was ich euch heute gerne vorstellen möchte. Wieder ist es in Essentippe auf der goldenen Küste, ganz genau in Yeni-Irinköen. Besonders an diesem Projekt ist, dass es zwei verschiedene Wohnungen gibt, die auch sehr groß sind. Es gibt 1 plus 1 Wohnungen, die sind 63 Quadratmeter, der Balkon ist 6 Quadratmeter und es sind Penthäuser 1 plus 1. Das heißt, man hat oben noch eine Dachterrasse, die ist 32 Quadratmeter groß. Und es gibt 2 plus 1 Loftwohnungen, die sind 94 Quadratmeter mit einem Balkon, der 4 Quadratmeter ist. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass man eine Finanzierungsmöglichkeit hat, auch wenn das Ganze fertig gebaut ist im Juni 2026. Es heißt, 30% muss man anzahlen, die nächsten 40% bis zur Schlüsselübergabe und die letzten 30% hat man noch 12 Monate Zeit nach der Schlüsselübergabe, das in Raten zinsenfrei zu zahlen. Schwimmbad wird es da haben, man hat ein Kinderbecken, man hat eine Poolbar und Café, verschiedene Entspannungsbereiche, ein Kinderspielplatz, ein Sportbereich, Fahrradwege, schöne grünen Flächen, ein Parkplatz für jedes Auto, ein geschlossener Eingang und sogar ein Gewerbegebiet mit Meetingraum und so weiter. Der Preis für die 1 plus 1 Wohnung beginnt bei 98.000 Pfund. Der Preis für die 2 plus 1 Loftwohnungen beginnt bei 144.000 Pfund. Und wie gesagt, Fertigstellung ist im Juni 2026. So, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, schreibt mich an, ich habe alle Informationen darüber und folgt mir gerne, folgt den Kanal, schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auf Instagram, ich bin immer für euch da. Und Leute, kommt nach Zypern. Und wie gesagt, Fertigstellung ist im Juni 2026. 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 Vielen Dank.